Manchmal wünsche ich mir, das Intro wäre länger, aber es ist irgendwie so ein kurzes Vergnügen, wie mit uns beiden immer in sexueller Hinsicht, Karl. Herzlich Willkommen! Ja, das liegt aber auch ein bisschen am Alter schon, ne? Also da muss man aber sagen, wenn die Tage länger werden, die Nächte kürzer und die Tage länger, dann ist es eben nicht mehr wie mit Anfang 20. Ne, ne, ne. Also es ist einfach, es hat sich ausgefickt. Ja, ich finde wir sollten auch immer jetzt ab jetzt den Podcast mit einem Rückblick der letzten Woche starten, indem wir einfach nochmal den Podcast der letzten Woche laufen lassen. Einfach einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen, was wir überhaupt erzählt haben. Ja, dann, ich habe nichts vorbereitet. Ich denke, wir sollten, ich wäre auch manchmal dafür, ich fand den letzten Podcast sehr gut. Wie war es, wenn wir diesen Podcast nutzen, um den letzten Podcast nochmal abzuspielen? Zu promoten einfach. Willkommen bei Alman Arabica. Wir sind hier in der Sommer-Promotion-Runde. Ich fand Episode 13 sensationell. Lass uns die noch nochmal hören. Lass uns unsere erste Folge nochmal hören. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Es war wirklich grausam. Oh mein Gott. Die erste Episode ist tatsächlich einer der wenigen Podcast-Folgen, die ich dann nochmal gehört habe, so nach einem Jahr. Und mein Gott, war das schlimm. Ich glaube, es hieß Glücksspiel der Snobs, ne? Oh mein Gott. Ich weiß, warte mal, lass mich da mal jetzt recherchieren. Musst du auch recherchieren. Ich glaube, die erste Folge hieß Glücksspiel der Snobs. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Folge, aber es ist einfach nur Lester-Schwestern auf Wish bestellt. Die war grausam, die Folge. Warte mal. Ich muss mal runter scrollen. Podi J, Podi J. Warte mal, ich hab das doch hier. Glücksspiel der Snobs. Ja, richtig. Alle Episoden. Ja, jetzt mach ich's ja auch. Es lädt gerade natürlich sehr. So, fünf Seiten. Sieben, neun, zehn, elf, zwölf. So, die erste ist Glücksspiel der Snobs. Weißt du, warum das Glücksspiel der Snobs hieß? Weil es inhaltlich um Glücksspiel ging und um die Pizmeat-Seite. Wo wir prognostiziert haben, dass sie mit diesem Abonnementsystem stinkreich werden. Und sie wurden stinkreich. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es denen finanziell nicht schlecht geht. Apropos Abonnements-Seite, ich hab ja ein ähnliches Programm vor. Was meinst du? Naja, es gibt, das ist jetzt, das klingt jetzt total bekloppt, aber sowas wird's bei mir auch geben. Oh, warte, 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 warte. Ja, ja, ich bin gemütet. Sorry, ich hab, ich muss mal meine Hotkeys ausmachen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Warte, bevor ich jetzt hier, ähm, Hotkeys. Ich hab so ein Hotkeys. Ich hab so ein Hotkeys. Der macht mein Mikrofon aus. Ab und an, ab und an, ich muss jetzt immer den Discord auf den zweiten Drittbildschirm packen. Hab da natürlich nie mehr Zeit, äh, ein Real-Time-CFT zu traden. Ich bin ja so ein Short-Stacker, so ein kleiner. Ich hab, ich hab, ich hab ein ähnliches, ich hab ein ähnliches Projekt vor. Äh, ich nehme dich jetzt als Erster mit, äh, in, in, in meine, in meine, in meine, auf meine eigene Stay-Punkt-TV-Seite. Ich werd, äh, was ähnliches bauen. Also, es wird ne, es wird ne Möglichkeit geben, mir ein Abo, ein Abo zu gehen, ohne auf Twitch zu abonnieren. Und, äh, ich, äh, ich baue was ähnliches wie die Pete-Smith, ja. Tatsächlich, ironischerweise. Lustig, das... Hä? Was gibt es denn dafür, also, darf ich fragen, was es dafür einen Mehrwert gibt, zu dem Twitch-Kanal? Genau, das weiß ich selber noch nicht. Das hab ich dann, keine Ahnung. Wir, wir sind am ersten, wir sind, wir machen gerade unsere, äh, äh, Pit-Pot-Schritte, äh, Pit-Pit- oder Pot-Pit-Schritte. Also, kleine Schritte, wir machen auf jeden Fall kleine Schritte. Ich find's gut, wenn man, ich würd denen einfach nochmal die VODs verkaufen, das sind, das sind ja alles Trottel. ZuschauerInnen sind alles Trottels, Idioten, denen du alles verkaufen kannst. So, einfach nochmal, einfach nochmal hier. Normalerweise gibt's das kostenlos, aber ihr könnt das jetzt auch, und jetzt haltet euch fest, bezahlen. Und dann alle so, oh, das ist geil. Das ist geil. Ja, nee, find ich gut, find ich gut. Einfach nochmal VODs verkaufen. Ich hab, ich hab keine, ich hab keine Ahnung. Also, ich hab tatsächlich keine Ahnung, wie wir, wie wir das machen. Es gibt auf jeden Fall die Idee, das, das zu tun, ähm, um sich ein bisschen von der, von der, Haupt-Business-Beratung. Business-Beratung kannst du auch machen da. Ja. Machst dann einfach sowas, du kriegst hier ein Abonnement, und dann kriegst du einmal, kommst in so eine WhatsApp-Gruppe, und dann kann man immer, und dann schickst. Das ist eine gute Idee. Packst du einmal die Woche, packst du dann so ein Bild von so einem Geldbündel in die Gruppe rein, und sagst du so, heute wieder auszaubern bekommen von stay.tv. Wow. Ihr könnt das auch schaffen. Motiviert euch endlich. Genau, ihr könnt das auch schaffen. Ihr müsst nur ungefähr genauso charismatisch und lustig werden wie ich, und das über Jahre machen, und dann könnt ihr das auch schaffen. Oh mein Gott. Man lasst euch nix erzählen, dass das nicht mehr möglich ist. Das geht nämlich. Ja, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn. Aber, ähm, äh, also ich hab keine Ahnung, wir werden sehen, ob da irgendwie, ob da was Nachvollziehbares kommt, aber das ist halt in so einer frühen Phase. Die Webseite ist heute, also diese Seite ist heute tatsächlich live, live gegangen, und, ähm, da ist auch unser Podcast drauf, ganz unten, und, äh, da weiß ich noch, weiß ich noch nicht genau, wie wir das angehen. Ähm, ich, ich mach, werde so wahrscheinlich, äh, als Vorbild, vielleicht kannst du damit was anfangen, auf der einen Seite die Pete's Meets nehmen, und auf der anderen Seite Destiny. Äh, den kennst du, den Streamer, Destiny? Ja, klar, der ist ein, der ist ein Kumpel von mir. Den kenn ich schon bevor er, äh, bevor er, ähm, ähm, äh, nur noch, äh, Dings gemacht hat. Den kenn ich noch aus Zeiten, wo der bei, und jetzt lass mich nicht lügen, äh, mit Slasher zusammen und StarCraft und Thorin, äh, diese, diese E-Sports Journalism-Geschichte nach vorne bringen wollte. Der hat, äh, so StarCraft, der hat auch StarCraft damals gemacht und so weiter. Ist jetzt auf Twitch auf jeden Fall, hat, der hat schon lange sein eigenes Ding und hat so eine eigene Chat-Infrastruktur, die aber Twitch integriert. Das heißt, der hat so eine Art eigenen Chat, wo der die Leute sieht, die auf Twitch sind und die in seinem eigenen Chat unterwegs sind, auf seiner eigenen Seite. Und ich werde mir so versuchen, äh, das eine und das andere so ein bisschen, äh, mich inspirieren zu lassen und das irgendwie zu verbinden. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also, äh, eins zu eins zu kopieren. Das meint man damit, wenn man sagt, man möchte sich an anderen großen InfluencerInnen, äh, orientieren. Ich hab mich, ich hab mich kreativ inspirieren lassen. Mit anderen Worten, ich werd's einfach so dreist, es nur geht, klauen. Wir werden das machen, was wir, was wir, was uns, unseren, unseren Reaction-Content einzigartig macht. Wir werden guten Content stehlen. Richtig. Und darüber lachen. Richtig. Und mit anderen Leuten darüber lachen. Das ist, das ist das, was ich tun will. Ich mach mir auch schon seit längerer Zeit Gedanken, wie ich Fremdcontent nochmal auf einer anderen Ebene monetarisieren kann. Und das ist ein guter, ist ein guter Denkanstoß. Ja. Ich hab, vielleicht, vielleicht, vielleicht mach ich's auch so, dass ich mir, dass ich mir, dass ich wirklich ein bisschen Vorbereitung in den Streams parke und die Videos, von denen ich weiß, dass die Leute sie wirklich sehen wollen, die gibt's nur nochmal hinter einer Extra-Payroll. Da muss man dann nochmal, muss man nochmal für zahlen. Oder es wird, ähm, ja, da wird, irgendwann wird die Meta komplett durchgespielt sein. Aber, ähm, das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, worauf ich hinaus wollte. Wir haben über, über unseren, unseren kurzen, aber intensiven Sexualverkehr gesprochen. Mhm. Und, und das war's jetzt auch schon. Ähm, und dann haben wir über Glücksspiel des Snops gesprochen, die erste Folge von Ein Mann Arabica. Und dann sind wir über ein Abonnement, äh, Modell, wo man stinkreich wird, über, auf deine neue Seite gekommen, stay.tv. Genau. Im Nächsten auf karl.tv, da gibt's auch nichts Neues, aber ihr könnt ja nochmal Geld bezahlen. Äh, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wird wahrscheinlich demnächst umgesetzt werden dann. Naja, es wird, es wird, äh, so wie der Content, den du grundsätzlich, der, der Content, den du grundsätzlich gemacht hast, du hast, äh, mich auf Twitch gesehen und hast gesagt, das kann ich auch. Genau. Also ich kann auch so drüber lachen und darum wird sich das, ist es nur eine Frage der Zeit, was karl.tv tatsächlich ist. Ich geh noch einen Schritt, ich geh noch einen Schritt weiter und sag, karl.tv wird einfach nur eine schwarze Seite mit meiner weißen E-Bahn. Mehr braucht, mehr braucht eine gute Seite gar nicht. Einfach ein Twitch-Link, auf der rechten Seite so ein Twitch-Link und links so einfach meine E-Bahn. Einfach ein E-Bahn. Und dann einfach auch mal eine Spende da lassen. Einfach mal eine Schenkung da lassen. Ja. Und dann ist schon... Okay, jetzt halt mehr als 19.999 Euro, dann ist was los. Ja, das ist, dann gibt's aber auch Ärger. Ja, dann gibt's aber wirklich Ärger. Ähm, hast du, hast du mitbekommen, mir ist gerade aufgefallen, es wurde, es wurde ein, ein, äh, Kopfgeld auf Boogie, Boogie, äh, 2988, kennst du den dicken Boogie noch, der damals, äh, diesen Typen, da wurde ein Kopfgeld auf ihn rausgesetzt. Beziehungsweise, er, 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 ähm, kann, ein Bounty wurde ausgesetzt, das auf 5000 Dollar liegt, glaube ich. Warum? Ähm, weiß ich nicht. Der hat wohl rumgeballert in seiner Neighborhood, aber er ist Amerikaner, das ist okay. Das ist okay. Hast du den, hast du den Hot-Take mitbekommen von Amoranth? Ähm, nee, nee, natürlich nicht. Den hast du nicht mitbekommen. Amoranth kennt man natürlich auf Basis der Tatsache, dass sie, äh, Pool-Streaming erfunden hat. Amoranth hat eigentlich den Pool erfunden. Und sie hat auch Streaming erfunden. Und deswegen hat sie Pool-Streaming erfunden. Hat Pool-Streaming erfunden? Sie bringt auch einfach, ich finde ja, ich finde, es gibt derzeit nichts Aufregenderes als diese unglaublich krasse, äh, there's only one Kampf-Situation zwischen, ähm, zwischen, wie heißt die nochmal, Fox, wie heißt die nochmal? Ja, Foxy Fox. Ah, wie heißt die nochmal? Ich weiß nicht. Foxy Fox. Foxy Fox und Amoranth. Ja, ist so ein bisschen wie, ist so ein bisschen wie die Schlacht, um, äh, die Schlacht an, an, ähm, bei Gondor und die Rohirin kommen nicht. Und dann wird's ernst. Caitlyn ist, ist, äh, Amoranth. Amoranth. Genau, sie heißt eigentlich Caitlyn, überraschenderweise. Und sie hat einen Tweet gemacht, in der sie, ähm, die verteidigende Position einnimmt zu ihrer, zu der These, was wäre denn, wenn der, wenn der Content, den du machst, nicht sexualisiert ist. Also ich versuch's mal zu erklären, damit man das klar macht. Die Hot Tub Meter haben wir ja drüber, haben wir ja drüber schon gesprochen, ne. Titten raus ist Sommer. Toll. Toll. Aber mich stört uns jetzt erstmal grundsätzlich nicht. Aber, es gab sehr, sehr viel schlauere Leute als wir, die gesagt haben, halt, stopp. Wenn der Content, den du produzierst, mit diesem Hot Tub Streams nicht sexualisiert ist und Twitch eine Plattform ist, die die Möglichkeit gibt, dass Streamer ab 13 Jahren streamen, dann wäre es hypothetisch okay, wenn 13-Jährige im gleichen Szenario wie du ein Stream fabrizieren und wenn man das dann bewertet, wäre es schon ein bisschen weird, oder? Das heißt, man hat versucht, man versucht diese, ja, wenn dein Content nicht sexualisiert ist, stell dir mal vor, da würde ein 13-Jähriger drin sitzen oder ein 13-Jähriger, der das Ganze genauso macht und würdest du dabei nicht ein komisches Gefühl bekommen? Ja, gut. Und sie hat sich damit verteidigt, dass man sagt, ja, aber grundsätzlich würde man ja mit allen Sachen, wo ein 13-Jähriger irgendwas machen würde, was ein Erwachsener macht, ein komisches Gefühl bekommen. Ja, wie rauchen oder trinken. Ja, ja, genau, genau. Viele, nee, also das würde ich nicht, ich würde dieses, stell dir mal vor, ein 13-Jähriger würde das machen. Den Take finde ich auch ein bisschen bescheuert, glaube ich, weil da macht sich, also es ist ja, es muss ja möglich sein, auch Inhalte zu gestalten, die eher für ein älteres Publikum attraktiv sind, die jetzt nicht in Richtung Soft-Pornografie gehen. Aber das ist ja, der Hebel dahinter ist ja klar, dass man sagen will, okay, wenn das, was du tust, keine Sexualisierung ist, ist denn das, wenn das keine Sexualisierung ist, könntest du das Szenario so verändern, dass es jemand ist, der deutlich jünger ist, bei dem man nicht ein komisches Gefühl bekommen würde, wenn er das genauso macht. Ich würde auch ein komisches Gefühl, ich bekomme auch ein komisches Gefühl, wenn ich den Cousin von Montana Black im gleichen Setup sehe. Oh ja, da kriege ich auch ein komisches Gefühl. So, da kriege ich. Und wenn er genauso redet wie Montana. Ja, und teilweise noch ein bisschen schlimmer. Da kriege ich genauso ein schlimmes Gefühl. Und selbstverständlich sollte eine 13-Jährige sich niemals auch nur ansatzweise inhaltlich amurant nähen, zum Vorbild nehmen. Aber, und das ist der Punkt, der, ich hab letztens einen, da können wir gleich mal auch drüber sprechen, sehr gut. Oh Gott, ist das sehr gut. Ich hab jetzt schon, während wir über das eine Thema sprechen, schon das nächste, wo wir kontrovers drüber diskutieren können. Das ist großartig. Da muss ich mir auch mal selber, man muss sich auch mal die Momente. Ja, wir schließen das ab, aber ich möchte diesen Moment nutzen, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Schreib's dir auf, damit du's nicht vergisst. Das muss auch mal sein. kai.tv, kommt und spendet Geld. Schmeißt mir all eure Scheine rein. Pass auf, pass auf. Ich glaube, so sollte man nicht dagegen vorgehen. Ich persönlich stelle mir immer vor, was wäre, wenn eine 13-Jährige Person mir dabei zuschaut. Was wäre, wenn eine in Sachen, in Thema Jugendschutz und Verantwortung, die man innehat und wie geht man damit um, sollte man sich immer folgende Fragen stellen. Meiner Meinung nach. Du kannst ja, du kannst da ja mal deinen Take da nachzusehen. Ich denke, ist mein Content allgemein anziehend für eine junge demografische Zielgruppe? Das ist die erste Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. So, hat ein Kind oder ein jugendlicher Mensch Bock drauf, meine Inhalte zu konsumieren? Mhm. Zweitens. Wenn er das tut, könnte er sich den Bums zum Vorbild nehmen und da irgendwie Nachahmung vorhaben. Und dann bist du eigentlich cool, wenn du diese beiden Fragen beantwortest. Wenn du beides beantwortest, wenn du erstens beantworten kannst mit, nee, eigentlich nicht und zweitens mit, ja, selbst wenn, wäre es nicht so schlimm, dann bist du, dann bist du, was das, was diese Reichweitenverantwortung angeht, in meinen Augen erstmal fein raus. Na? Bei mir ist es so, ist mein Content ansprechend für Jugendliche? Auf gar keinen Fall. Aber wenn 13-Jährige sich entscheiden, das zu gucken, dann kriegen sie an der einen oder anderen Stelle eine suburbane Sprachkultur mit, die ein bisschen derber sein kann, aber nicht derber als auf deutschen Schulhöfen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube, dass so einmal im Quartal ein saftiges Hurensohn jetzt nicht besonders jugendgefährdend ist, nicht die feine englische Art, bin ich voll bei dir, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das haben die noch nie gesehen und wenn er sich meine Sprachkultur aneignet, dann habe ich ein sehr junges Leben versaut. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass meine sonstigen Inhalte in irgendeiner Form schädlich wären für Jugendliche oder Kinder. Was bei so einem Poolstream anders ist. Ich glaube, du hast gerade etwas thematisch nach vorne gebracht, wo ich kurz drüber nachdenken musste und ich glaube, die Internetkultur auf Twitch hat so viele schreckliche Facetten von sich gegeben, mit der Freiheit der absoluten Anonymität alles zu sagen, dass ich eigentlich schon fast sagen würde, unter 17 Jahren oder unter 18 Jahren solltest du auf Twitch gar nicht streamen. Vielleicht unter 16. Selbst streamen meinst du? Ja, so ganz selbst. Auf gar keinen Fall sollten Jugendliche auf der Plattform streamen. Auf gar keinen Fall. Weil die, also nee, auf gar keinen Fall. Ich würde selbst sagen, dass 18-Jährige teilweise nicht dem gewappnet sind, wenn man sich gewisse Bubbles anschaut. Das ist krass, oder? Eintreffen können, ja. Ich sag dir ganz ehrlich, mit Anfang 20 wäre ich noch nicht gewappnet, dem entgegenzutreten, was derzeit abgeht. Nee. Da hätten mir jegliche Kompetenzen gefehlt. Sowohl Sozialkompetenzen als auch die Medienkompetenzen, mit sowas umzugehen. Ja, es ist sehr überfordernd. Und gleichzeitig frage ich mich halt, es ist wirklich, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch anmaßend, aber ich glaube tatsächlich, dass man diese ganze neue Dimension, diese neue Wirklichkeit, dass man junge Leute da nicht reinsetzen sollte. Und wenn man die reinsetzen sollte, dann tatsächlich nur unter totaler Überwachung. Ja, natürlich mit totaler Überwachung, aber du bist, also, wie soll ich das sagen, so Medienkompetenzen oder Jugendliche im Internet ist eh mal gefährlich. Weil du, es geht dabei nicht mal darum, dass die das nicht machen sollen, sondern es geht darum, was für Menschen die teilweise potenziell anlocken und wie die mit denen umgehen und was das dann mit denen macht. Und da gehe ich noch nicht mal in den Bereich von sexueller Belästigung übers Netz oder so, so weit möchte ich gar nicht gehen. Das ist halt so ein, das ist halt so ein, zwar existierendes, aber sehr, sehr krasses Themengebiet, wo du Leute mit Mundtot machen kannst. So imagine, imagine dein Kind würde sexuell belästigt werden. So, damit ist die Diskussion vorbei. Das kannst du nicht bringen. So, damit machst du den Mundtot. Mir geht es dabei auch um so Trollgruppen. Und um Gruppen von Menschen, die bewusst versuchen, dich emotional zu sabotieren. Und das funktioniert, glaube ich, bei jungen Menschen nochmal um ein Vielfaches besser als bei einem gestandenen Menschen. Ja, das ist, also ich, jetzt, jetzt, wo ich darüber nachdenke, würde ich auf jeden Fall ein flaues Befühl bekommen, unabhängig davon, ob das, ob der Stream in einem Hot Hub stattfinden würde oder nicht. Bei jedem minderjährigen Stream-Inhaber oder Kanal-Inhaber, alles unter 16 Jahren wäre bei mir super weird und alles unter 18 Jahren ist eigentlich nicht gewappnet dafür, du hast schon recht. Also gar nicht gewappnet für das, was da passiert. Ja, was da passieren könnte. Ich meine, gehen wir mal vom Best-Case-Szenario aus. So, dein 13-jähriges Kind streamt halt ein bisschen Minecraft und drei, vier Schulfreunde gucken zu. So, herzlichen Glückwunsch. Cool. Kann nichts passieren. Sollen sie ihren Spaß haben. Die wollen halt Streamer werden. Man muss sich mit dieser Vorbild-Funktion auseinandersetzen. Ich glaube, 37 Prozent der Heranwachsenden nehmen sich InfluencerInnen zum Vorbild. Wir haben Profisportler überholt. Wir haben Profisportler überholt, was die Vorbild-Funktion angeht. So, 90er-Jahren hast du ein kleines Kidd gefragt, was willst du denn werden? Da hat er gesagt, Matthias Sammer oder Jens Jeremies werden. Thorsten Frings. Ich bin der zweite Thorsten Frings. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, ich will der zweite Montana Black werden. Warum? Das ist ein zweites Problem. Maxim hat ein Video. Maxim Markov kennst du ja auch. Sehr intelligenter Mensch. Studierter Pädagoge. Also Lehrer. Hat selber bezaubernde Kinder. Fantastischer Familienvater. Sehr, sehr guter Mensch. Und ein Top-Content-Creator. Und der hat einen Hot-Take rausgeknallt. Was heißt ein Hot-Take rausgeknallt? Kein wirklichen Hot-Take rausgeknallt. Aber der hat ein Video gemacht, wo er seine Meinung zu materialistischem Posing hat. Also, wir haben gesellschaftlich in Sachen Erziehung und Wertevermittlung versagt, wenn man davon ausgeht, dass jemand, der eine teure Jacke hat, ein guter Mensch ist. Und man sollte eher den Fokus auf Bildung setzen. Du hast einen Abschluss und das ist was wert. So, fangt an, die Leute aufgrund von einem guten Abschluss oder einer guten Schulnote zu loben. Und nicht wegen seiner 300 Euro Nike-Träter. Ist natürlich, ist richtig. Ja, da hat er absolut recht mit. Und da habe ich mir Gedanken drum gemacht. Und habe mir so ein bisschen, habe mir so ein bisschen meine eigene Kindheit und Jugend vor Augen abspielen lassen. Und geguckt, was ich denn für Werte mit teuren Sachen verbunden habe. Und bei mir war das immer so, dass ich gedacht habe, okay, wenn jemand viel Geld verdient, dann hat der auch viel Bildung genossen. Es gibt entweder diese Verbrecherroute, so viel Geld durch Verbrechen. Oder aber viel Geld aufgrund von intellektueller Leistung. Du bist gut in dem, was du machst. Du hast einen hohen Bildungsabschluss und bekommst dann einen guten Job, um viel Geld zu verdienen. Das war immer so ein bisschen in meiner Wahrnehmung miteinander verbunden. Jemand hat viel Geld, jemand protzt mit einem teuren Anzug oder einem teuren Auto oder hat Markenklamotten im Überschuss. Aha, die Person hat bildungstechnisch was gerissen und hat jetzt einen guten Job. Ja, das stimmt. Mittlerweile komplett anders. Mittlerweile in meiner Bubble bedeutet viel Geld eher, wenn jemand viel Geld hat, gehe ich eher davon aus, dass er sehr dumm ist. Weil meine Bubble diese Influencer in einem Twitch-Bubble ist. So, die Leute, die wirklich viel Geld haben, haben wirklich viel Geld, obwohl sie jetzt nicht den heftigsten Bildungsstand haben. Sondern weil sie entertaining sind, I guess. Keine Ahnung. So ein Montana Black zum Beispiel. Oder ein Trimax. Das sind Menschen, die ich jetzt, wenn ich an sie denke und sie mit so einer Charakterisierung in der Schule niederschreiben müsste, dann wäre jetzt hoher Bildungsabschluss keine Eigenschaft, die ich dazu ordnen würde. Ja. Aber dennoch unglaublich viel Geld und unglaublich hartes Protzen damit. Ja. Und das geht ja auf die Kids über. Die Kids sehen ja jetzt, wenn sie sich sowas angucken, nicht mehr, aha, der hat viel Geld, also wird der wahrscheinlich auch eine hohe Bildung genossen haben oder eine gute Bildung genossen haben. Sondern der hat viel Geld, weil er, ja, was macht der eigentlich? Richtig, er streamt auf Twitch und du hast dieses greifbare Gefühl. Du hast dieses Gefühl, ey, das könnte ich auch. Ja, das ist aber auch gleichzeitig dieses Fundamentale vom Straße zum Penthouse-mäßige, weißt du? Du kannst es schaffen. Ja. Und das spielt da so ein bisschen rein und die eigenen, also wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch schaffen. So diese Motivations-Coach-ähnliche Attitüde. Ah, ich, ich weiß nicht. Oh, ich weiß gerade, ich weiß gerade nicht, ob das, ob das, ähm, wie man damit ansprechend umgeht. Also sorgen wir jetzt dafür, also wie kann man das verhältnismäßig verarbeiten? Denn alles, was wir konsumieren, wir sind ja Teil des Problems, ne, also wir beide auch sind Teil des Problems. Ja, du kannst mit zwei Wörtern Affiliate werden und kannst sofort Geld verdienen. Du kannst es auch schaffen. So, also wie, was macht man? Wie wirkt man dagegen? Denn es ist definitiv keine erstrebenswerte Ausrichtung deines Lebens, Influencer zu werden. Es ist sie einfach nicht. Es ist sie, wenn du an einen gewissen Punkt gekommen bist und eine gewisse geistige Reife und Stärke hast. Also ich würde, ich glaube, ich glaube, mein Leben ist sehr erstrebenswert. Und ich glaube, dein Leben ist auch äußerst erstrebenswert. Aber es ist nicht erstrebenswert auf Basis von der Tatsache, dass du es erreichen kannst. Es geht nämlich nicht. Ne, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das, dass man das forcieren kann. Aber, aber bei einem erstrebenswerten Leben geht es ja um die aktuelle Bewertung des Iststandes. Und da würde ich schon sagen, dass das, was wir so Alltag nennen, brutal privilegiert und erstrebenswert ist. So, ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner meiner ZuschauerInnen da draußen nicht mit mir tauschen würde und sehr glücklich wäre. Weil ich eine komplette, 100%ig freie Gestaltung habe von allem, was ich machen möchte in meinem Leben. Ich habe 100%ige Freiheit. Ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich mich heute entscheide, nichts zu machen, dann geht das. Wenn ich mich heute entscheide, irgendwo hinzufangen und das zu machen, kann ich das machen. So, mir steht einfach dieses komplette Leben offen. Und das ist äußerst erstrebenswert. Aber, und da ist der Punkt, wo ich dir recht gebe, der Weg dahin ist es nicht. Der Weg dahin ist nämlich nahezu unmöglich. Dahin zu kommen, um diesen Stand zu haben, das ist so unglaublich schwer und bedeutet so viel Opfergabe. Kannst du dir nicht vorstellen. Und diese Opfergabe ist noch nicht mein Erfolgsgarant. In vielen Bereichen ist es ja so, je mehr Zeit du opferst, desto mehr Erfolg ist dir auch in gewisser Maßen garantiert. Verstehst du? Wenn ich mich sechs Stunden lang hinsetze und sechs Stunden lang für ein Schulfach lerne, dann kann ich mir eigentlich unter normalen Umständen sicher sein, dass diese sechs Stunden mir sehr geholfen haben. Wenn ich mich aber sechs Stunden hinsetze und sechs Stunden lang streame, dann ist das ein Garant für absolut gar nichts. So, damit hast du dann im schlimmsten Fall und im realistischsten Fall sechs Stunden deines Tages in Anführungsstrichen verschwendet. Genau das ist das, wo viele Leute denken, wo viele Leute mit dem, ich glaube, das ist eine Mentalität, die man aufsetzen sollte. Man sollte davon ausgehen, dass Stream per se oder diese Zeit in dieser Influencer-Sache Verschwendung ist. Also sie ist Verschwendung. Du verschwendest das und wenn du etwas verschwendest, machst du es, weil dich das unterhält. So wie wir alle unsere Zeit damit verschwenden, Hobbys zu haben. So wie wir alle unsere Zeit damit verschwenden, das Irrationales zu machen, weil wir das enjoyen. Und wenn du dir selber sagst, dass es Verschwendung ist oder wenn wir uns selber sagen, hey, das ist Verschwendung im Umgang mit dieser Sache, dann hat man nicht diese merkwürdige Erwartungshaltung, dass es sich irgendwann mal losen muss. Sondern es ist halt eine verschwendete Zeit. Möchtest du sechs Stunden deines Tages damit verschwenden, einen Stream zu betreiben? Weil wenn du es Verschwendung nennst, weißt du, dass du keinen materiellen Mehrwert hast. Abgesehen von der Tatsache, dass du es selber gerne machst. That's it. Ja, und das ist ja eine Kategorie von Menschen, die es eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt. Leider, ne? So dieses, ich, selbst diese Leute, die das an die große Glocke hängen, und wir wissen alle, dass es die gibt. Es gibt sehr, sehr viele, gerade in der deutschsprachigen Twitch-Family, in unserer Fam, Brother, gibt es ja sehr viele Menschen, gibt es ja sehr viele, sehr viele Menschen, die sich bewusst diesen, ey, das ist nur ein Hobby-Ding auf die Stirn tackern. Und diese, das ist nur ein Hobby-Leute, sind erstaunlicherweise monetarisierter als ich. So, die sind zweimal die Woche mit dem Koch-Stream, ne? Da kommt die neue HelloFresh-Box am Dienstag, und am Donnerstag wird dann aber mit der Frau gekocht. Ich kann HelloFresh nicht mehr sehen, ich mach bald ein Ansage-Video. Ich hab ja schon auf Twitter, hab ich ja schon den ein oder anderen Kommentar dazu abgegeben, weil, können wir gleich noch, darüber können wir gleich noch sprechen. Ähm, aber, äh, die, das ist eben kein Hobby. So, das ist, so, so, erfolgreicher, einen erfolgreichen Streamer zu imitieren, ist kein Hobby, weil du damit Geld verdienst, und weil es, wenn du könntest, auch dein Hauptjob wäre. Es gibt nicht diese Leute. Ich kenn einen, einer meiner, ähm, in real life besten Freunde, und mein Anwalt. Äh, die, den, ich, wir kennen uns seit Jahren, wir sind voll auf einer Wellenlänge, und der Typ stellt so zweimal im Monat seinen Stream abends an, und dann gucken da Isa und ich zu, und das war's. Während wir dann irgendwas zusammen zocken. So, der streamt einfach nur, weil er streamen möchte. So, dieses, so, ist ein Hobby. Der ist null finanziell darauf angewiesen, der hat null Ambitionen, das in irgendeiner Form, äh, beruflich zu machen. Der hat einfach nur Bock, so ein bisschen hobbytechnisch zu streamen, und ich glaube, diese Art von Menschen gibt es auch so gut wie gar nicht mehr. Da gibt es nur noch sehr, sehr wenige von. Die meisten Leute, die das von sich behaupten, machen das, machen das, sagen das, und mögen das auch ernst nehmen, weil es eben absolut nicht zu monetarisieren ist, was sie da machen. Ne, aber die machen das jetzt nicht aus einer, aus einer tatsächlichen, ähm, Freude heraus. Weil ich glaube auch nicht, dass es sowas gibt wie eine Freude, wenn man streamt, äh, äh, das ist, äh, das, ne? So, und jetzt kommt der, und jetzt kommt der Punkt, der mich da am allermeisten so ein bisschen nachdenkend macht. Und zwar, welche Werte werden denn vermittelt von Plattform und, ähm, und, äh, also Plattformbetreiber und, und Plattform, äh, wie sagt man, Königen. Ja, so, auf der einen Seite kriegst du von Twitch gesagt, dass es jeder machen kann. So, jeder kann es werden. So, du kannst Teil der Family werden. Stream einfach ein bisschen, dann kriegst du Affiliate, dann kannst du es schon monetarisieren und der, the dream is real. Ne, so, guck, werben mit Leuten, die 100 ZuschauerInnen haben, ähm, die, äh, die, die packen, packen Menschen auf Plakate, die, die eigentlich da reichweitentechnisch nichts zu suchen haben. Das ist so eine Wohlfühl-Bubble. Das ist so eine, so eine, so eine, so eine, du hast überall, wo du hinguckst, feel-good-Vibes auf Twitch-Deutschland, ne? Was ja auch cool ist, so, ich hab da nichts gegen, aber es ist, es ist eben schon äußerst auffällig. Und auf der anderen Seite hast du die, hast du den Branchen-Primus, Montana Black, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie er in seinem Leben versagt hat. So, der hat ein Buch geschrieben, wo er, wo er aufgezeigt hat, wo man, wo man hinkommt, wenn man alles falsch macht, was man falsch machen kann. Drogenkonsum, Gewalt, Kriminalität, äh, Schulabbrüche, Ausbildungsabbrüche, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und er ist trotzdem Millionär jetzt. Er ist fucking Millionär. Und er, er verschwendet auch keine Sekunde seiner, seiner Online-Präsenz, um das den Leuten zu zeigen, dass er Millionär ist. Und dass er es schaffen kann. Und damit werden in meinen Augen die falschen Werte vermittelt. Weil, und jetzt spannen wir den Bogen wieder zu der Aussage, die ich am Anfang getätigt habe. Wenn ich, wenn ich als jugendlicher Heranwachsender jemanden mit Geld gesehen habe, hatte ich zwei Optionen. Krimineller, und das will ich nicht, oder aber viel Bildung genossen, hohen akademischen Abschluss und jetzt ein gut Bezeichnung. Ja. Ja, und bei Montana Black, wenn ich mir die dann gucke, denke ich mir, ja gut, aber Schule ist jetzt auch nicht so wichtig. Boah, das ist ein wilder Hot Take. Ist ein wilder Hot Take. Ja, aber würdest du nicht sagen, dass wenn du in dieser Bubble drin bist, ich sage nicht, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber ein Problem dieser Internet-Bubble. Mein Hot Take, meine These, die ich aufstelle, ist, dass wenn du in dieser Influencer-In-Bubble drin bist, du eine komplett falsche Verknüpfung hast von Geld und was benötige ich, um es zu verdienen. Ja, ja, absolut richtig. Also der Grund, warum ich das aber weiß, ist, weil ich es, weil ich es ja, weil ich dem ja so prominent ausgesetzt bin. Das heißt, wir beide nehmen das so wahr, weil wir beide wissen, dass die Größten nicht unbedingt die sind, die am kompetentesten sind, sondern du kannst halt nicht beeinflussen, was Zuschauer schauen. Und wenn Zuschauer das sehen, was du nicht nachvollziehen kannst, ist das trotzdem so. Du solltest nicht darüber beschweren, du solltest es nicht werten, sondern es ist halt einfach so. Was du dann bewerten kannst, ist die Kompetenz oder die Fähigkeiten desjenigen, der den Kanal betreibt. Und da stimme ich dir vollkommen zu, wirkt es natürlich nicht so, als wäre Schule oder Bildung oder Akademik oder Studium ein Indikator dafür, es im Leben weit zu bringen. Nicht mehr zumindest, in unserer Wahrnehmung. Ja, das meine ich ja, in meiner Wahrnehmung. Wenn du so dieses, wo es glaube ich viele von gibt, die Jugendlichen, deren Alltag Twitch und YouTube fest beinhalten. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, dann kann man diesen Teil der Unterhaltung auch nicht aus der Wertevermittlung und Gesamtgestaltung des zukünftigen Erwachsenencharakters herausnehmen. Und ich glaube, da werden falsche Werte vermittelt. Das hat jetzt noch nicht mal was mit irgendeinem moralischen Zeigefinger zu tun, dass ich sagen möchte, ey, ich finde, ihr solltet alle sagen, dass ihr studiert habt, bevor ihr den Stream anstellt. Schwachsinn. Aber es werden da schon andere Key-Characteristics vermittelt, die man benötigt, um stinkreich zu werden, als das noch in meiner Jugend der Fall gewesen ist. So dieses, ey, ich habe eine Rolex und alles, was ich mache, ist ein bisschen GTA-Rollplay spielen. Das ist präsent. Und das ist auch, glaube ich, präsent in der Wahrnehmung von Heranwachsenden. Und das ist gefährlich. Weil dann kommt es darauf an, wie setze ich meine Prioritäten? Und wer ist da, um das zu unterbinden? Hat die Person ein Elternhaus, das da als Auffangbecken fungieren kann und da ein bisschen entgegenwirkt? Oder schlägt es eben da ein, wo es nicht einschlagen sollte? Niedrige soziale Schicht, ja, oder schwer beschäftigte Eltern und kein Auffangbecken und ich werde mit diesen ganzen Impressionen befeuert und dann baue ich mir da meinen eigenen Charakter draus und möchte eben der nächste Montana Black werden. Tja, gute Frage. Ich glaube, das Einzige, was wir dazu beitragen können, ist es nicht zu tun. Weißt du? Also anders zu handeln. Anders damit umzugehen und die eigene Verantwortung dann zu nutzen, um nicht einer dieser Leute zu sein, die es so sind. Das ist, glaube ich, alles. Der Rest passiert halt einfach. Ich habe hier nochmal einen interessanten Teil für dich. Gucken wir uns, wer ist so in deiner Wahrnehmung der erste YouTuber, der potenziell gefährlich sein könnte, wenn man sich ihn zum Vorbild nimmt als heranwachsendes Kind? YouTuber? Ja, YouTuber. Ist ja deutlich älter als Twitch. Simon Desu? Simon Desu? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher, aber es ist so die Richtung, Richtung Leon Machère, Richtung Apo Red, sowas. Weißt du, so diese Richtung. Viel Protzen, Geld ist sehr, sehr wichtig. Gut, nehmen wir, sagen wir Leon Machère, da würde ich dir recht geben. Leon Machères YouTube-Kanal ist am 16. November 2011 erstellt worden. Gehen wir davon aus, dass ein Kind 13 Jahre alt gewesen ist, als es 2011 Simon Desu gesehen hat. Dann ist das Kind jetzt 23. Und wir haben null Ahnung, was für Auswirkungen dieses Influencer-Gedönse auf unsere Gesellschaft hat. Wir können es noch gar nicht wissen, weil es eben so ein Kicks-Start gewesen ist. Und selbst 2011 war ja die Reichweite dieser Menschen noch bei Weitem nicht da, wo wir mittlerweile sind. Und die Gesellschaft... Wir sehen das erst in 10 Jahren von heute an. 20 Jahre. Ja. Wir sehen das in 10, 20 Jahren, was das für Auswirkungen hat. Wir können es noch gar nicht wissen. Woher denn auch? Es gibt noch keine, es gibt noch nicht die Generation, die mit fragwürdigen InfluencerInnen aufgewachsen ist. Die gibt es noch nicht. Die existiert derzeit, aber die sind noch nicht da, dass wir den gesellschaftlichen Einschlag wahrnehmen können. Ja, ich glaube, ich stimme zu, es ist noch nicht, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir es tatsächlich nachvollziehen können. Was passiert mit den Kids? Was passiert, ganz ehrlich, das spreche ich mir so offen an. Was passiert mit den Kids, die mit 13, 14 Jahren Alge, Alge, Alge rufen und die dann irgendwann eine eigene Möglichkeit haben, in so eine Spielothek reinzulatschen, um dann einen Fokus draufzulegen? Was wird mit denen sein in 10 Jahren? Was passiert mit den 2017er Fortnite Kids? Um es runterzubrechen. Ja, was passiert mit denen? Sehr interessant. Also da werden wir, da werden wir uns aber erst wahrscheinlich 20, 30 so ein kleines Bild von machen können. Wenn wir irgendwann auf Bühnen unterwegs sind mit dem Podcast, ja. Ja, genau. Wenn wir dann einfach den unseren Grimme-Preis zu Recht entgegennehmen. Da wird sich dann einfach aussehen, dass die Stimme dann nicht mehr so wahrzunehmen ist, sondern wir dann so sprechen, weil wir über heftige Lautsprecher kommen in so einer vollgefühlten Arena. Ja, wo dann auch immer Klatschen kommt, nach jedem Dummwitz. Nach jedem Dummwitz. Wenn du beispielsweise sagst, ja, hier ist meine IBAN, überweist mir doch einfach Geld. Ja, Karl! Ja, hier ist dein Geld. Fick mich! Genau, genau, richtig. Sauerstrebenswert. Aber das ist eben etwas, wo sich auch sehr viele InfluencerInnen, glaube ich, sehr, sehr einfach aus der Verantwortung ziehen können, weil die gesellschaftlichen Nachbeben ihrer Präsenz noch gar nicht da sind. Noch gar nicht da sind. Sind noch gar nicht da. Sind noch gar nicht greifbar. Du kannst noch nicht sagen, ey, guck's dir an. Das kannst du noch nicht machen. Du hast Ansätze. Du siehst eben diese Gruppe von jungen Menschen, die auf der Gamescom stehen und Alge, Alge, Alge rufen. Aber du siehst noch nicht, was aus denen wird. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Monte guckt oder jeder, der Knossi guckt oder jeder, der Fortnite gespielt hat, ein absolut bescheuertes, unbrauchbares Stück Müll wird. Um Gottes Willen. Aber die Tendenz. Versteht mich da nicht falsch. Aber die Tendenz. Aber ich würde sagen, dass man sehr plausibel behaupten kann, dass wenn du kein Auffangbecken hast, dass diese ganzen Impressionen filtert und dein Rolly-Drang mit zwölf ein bisschen bremst, dass das Böse in die Hose gehen kann. Naja. Ja. Ich stimme zu. Du hattest ein Thema, Karl. Hast du es schon wieder vergessen? Nee, das war ja das mit Maxi Markhoff. Mit dem sind materialistische Dinge wirklich Aussagen, weißt du, sind die wichtig? Ja. Ja, okay. Und was können wir tun, um da so ein bisschen entgegenzuwirken? Ich hadere da ein bisschen. Was mit was? Na, ich hadere ein bisschen mit der Bewertung von materialistischem Flex. So, auf der einen Seite ist es einfach so, dass es gewollt ist. Die ZuschauerInnen wollen ja sehen, was du für ein Leben hast. Absurd, oder? Das ist eigentlich so eine Art, es ist eigentlich so eine Art, äh, Zwang fast. Und es ist auch so eine, das ist der Grund, warum auch viele sich in diesem Content verlieren, weil sie halt Roomtouren machen, das ist mein Auto, hier Schmuck, Uhren, weil das halt auch der Scheiß ist, der, ähm, durch die großen Medien, also durch diese relevanten YouTube-Kanäle getragen wird. Ja, nicht nur das, wir können ja einen Schritt weiter gehen, so, wenn du das komplette Paket haben möchtest, dann kriegst du das ja. Du kannst morgens mit einer Instagram-Story aufwachen, die, wo dir dein Lieblings-Influencer sagt, dass, äh, dass du einen tollen Tag haben sollst, während der in seinen Lambo reinsteigt. Dann geht es weiter, dass er um 11 Uhr irgendwo außer, außer, außerhalb bruncht, ne, und, äh, und sich mal so ein krasses türkisches Frühstück gönnt, für 40 Euro. Ne, muss aber auch mal sein. Und dann geht's direkt weiter, ein bisschen shoppen, und dann wird der Stream angemacht, und dann wird noch Gute Nacht gesagt, während auf einem, äh, 70-Zoll-Fernseher noch ein bisschen Netflix gebingt wird. So, das ist, du kannst das Total Package bekommen, wenn du es möchtest. Und auf der einen Seite denke, frage ich mich, also in meiner Wahrnehmung ist das so, ich würde mir ein Stück weit verarscht vorkommen. Ich würde mir verarscht vorkommen, wenn ich, äh, wenn ich 500 Euro einer Person, äh, äh, spende, und er Kuss macht, während er, während er in sein Lambo reinsteigt, äh, und, und, äh, auf der anderen Seite ist es aber, ist es aber dann dieses, ja, du, du denkst so, weil du neidisch bist, und gönn doch mal. Genau, das wollte ich grad sagen, dieses, gönn doch mal. Also so dieses, ist das, ist das die, ist, entwickeln wir uns diesbezüglich zu einer, das ist ja, für mich ist das so ein bisschen wie die, die Debatte um Cancel Culture. Jeder sagt, nennt alles heutzutage Cancel Culture, Gegenrede gibt's gar nicht mehr, ist alles Cancel Culture. und, ähm, die, die, es, es wird nicht mehr zugelassen, Kritik zu üben, wenn du nämlich Leuten sagst, hä, was, warum flexen oder so rum, ja, gönn doch einfach, hä? So, es ist halt so ne, das ist halt so ein, hör sofort auf zu reden, Argument. Ja, gönn doch mal, es gönn, gönn doch mal, impliziert auch ein Stück weit, dass es, dass es erstrebenswert ist, was die Person hat und dass ich das gerne hätte. Und ich kann wirklich mit, mit, mit vollster Überzeugung sagen, dass ich mit keinem anderen tauschen möchte. Ähm, ich möchte, ich möchte mit keinem anderen tauschen, weil die, die Aufmerksamkeit, die man bekommt, wenn man ganz oben ist, das ist nochmal was völlig anderes, wo man erstmal mit umgehen muss. Ähm, so ein, so ein Monte, der kann eben nicht mehr in der Innenstadt einkaufen gehen, ohne dass er belagert wird. Und das ist, das ist jetzt auch nicht wirklich erstrebenswert. Also in, in meiner, in, für mich persönlich, ne? So, ich lebe aber auch am, am Ende der Welt, wirklich so. Menschen sind, rare Ware bei mir. Ähm, und, oder auch finanziell so. Ich persönlich bin an einem Punkt, wo ich mir denke, ähm, gut, wenn ich jetzt noch mehr Geld hätte, würde ich halt noch mehr Geld haben, womit ich nichts mache. Weil ich diesen ganzen, weil, weil so das Teuerste, was ich mir kaufe, ein paar Schuhe ist. Was auch teurer ist, als der durchschnittliche Bürger, das kann, aber das ist, das ist noch nicht auf dem Level, dass ich sage, ich habe zwei geleaste AMG, Mercedes und, 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 und überlege, ob ich mir für 40.000 die nächste Uhr kaufe. So, an dem Punkt bin ich nicht. Da werde ich auch nicht hinkommen. Ähm, von, von der Mentality. Aber, wenn ich dann sowas sage, dann, dann kann man, kann man mich sehr schnell tot, mundtot machen mit diesem, gönn doch einfach mal. So, du musst auch mal gönnen. Und das ist, das ist, das ist ein bisschen schwierig, weil das, weil das eben für, für heranwachsende Menschen potenziell den Eindruck erwecken kann, dass es in deinem Leben halt darum geht, irgendwann mal eine teure Ruhe zu haben. Und ich glaube, dieses Bild spiegelt sich bereits in der Gesellschaft wieder. Ich habe vier Jahre lang in Berlin gewohnt. ich habe, wenn du, wenn du, wenn du dir die Kids in Berlin anschaust, dann, dann siehst du da mehr gefälschte Gucci-Klamotten und Rolex-Uhren, als du dir, als du dir ausdenken kannst. Und das ist, das ist etwas, so dieser Markenzwang, der bestand auch schon bei mir. Also, wenn du, so Dickies Hosen waren cool, Freeman T. Porter und Fishbone, das waren so, Carl Carney Sachen waren cool. Wenn du die hast, dann, dann, dann bist du was. Aber so ein Ding hat 60 Euro gekostet, ne? Und eben nicht 700. Wie, wie so ein Pulli von, von Dolce und Gabbana oder was auch immer da jetzt mittlerweile trendy ist. Ja, also, ich kann es nur mit den Worten wie von Cool Savasch sagen. entweder du wirst Rapper oder Influencer. Heutzutage ist das eine das Vorbild oder das andere. Es gibt eine lustige Dokumentation von, vom SWR, glaube ich, oder vom RBB. Ich bin mir nicht sicher, wo die Schattenseiten dieser, ähm, kriminellen Infrastruktur Rücken hinter den Rappern nochmal beleuchtet wird anhand von Luciano, der einfach mit den, ähm, mit den türkischen Wölfen rumhängt, so auf, äh, Friendship Basis, die halt hardcore nationales, hardcore nationales Gedankengut drum pausaun, ne? Und, äh, das halt unkritisiert bleibt. Einfach, also, oder nicht unkritisiert, aber da passiert halt einfach nichts. Und, das ist halt auch so ein bisschen schwierig und da gibt's halt so viele Ansatzpunkte. Aber, lass uns doch mal was, lass uns doch mal den Podcast auf was Positivem beenden, was super lustig ist, Karl. Okay. Hast du mitbekommen, du hast ja mitbekommen, du spielst ja auch GTA RP, so wie ich. Ja. Hast du mitbekommen, dass Herr Newstime auch GTA RP spielt? Ja, der ist richtig versunken und ich habe auch mitbekommen, dass der wohl ein heftiges Streitgespräch hatte mit Kevin, äh, mit, äh, Orange. Ja. Oh mein Gott. Ja, um da mal vielleicht ein bisschen einzeln. Aber ich weiß nicht warum. Hast du das mitbekommen? Warum? Ja, ich habe es mitbekommen. Charakter auch. Also es gibt, es gibt in der Existenz, in der, in der Nahrungskette der Menschheit, gibt es für mich keinen besser besetzten letzten Platz als Leute, die ernsthafte Aufarbeitung von RP-Szenarios machen. AfD-PolitikerInnen würde ich jetzt noch, äh, würde ich jetzt noch unten drunter packen. die sind, Nazis eben. Könnte man, könnte man jetzt sagen, aber um, um das mit dieser humoristischen Art und Weise zu sagen, also es ist schon sehr, das ist schon sehr erbärmlich. Du sagst also, ihr seid schlimmer als Nazis, um es zu übersetzen, für das einfache Volk. Ich möchte, ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Okay. Aber ich möchte, was ich, was ich sagen will, ist, ähm, das ist das erste Statement. Und das zweite Statement, ich habe so eine Aufarbeitung gesehen, deswegen weiß ich, worum es geht. Folgendes Szenario. Okay. Also, Karl, hör mir zu, das ist wichtig. Ich hör dir zu, ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch ganz vorne mit dabei. Ja. Also, folgendes Szenario ist passiert. Beide Spieler, sowohl Orange Morange, als auch Herr Newstime, spielen auf GVMP. Der Sperrspitze von qualitativ, generischem, aus durchschnittlichen, aber zumindest gut besuchtem RP. Ja, die Server sind immer voll, da kannst du reingehen, da wird dein Mikrofon kurz geprüft, ob das nicht gut geht, oder ob du, ob du irgendwas hast, und dann geht's los. Ich hab mir sagen lassen, dass die GVMP-Aufnahme stärker ist, heftiger ist, als die auf unserem Server, Sektor. Äh, nee. Ich glaub schon. Ich hab das mal, ich hab mir, ich hab gefragt, und ich glaube, die nehmen dich da heftiger durch. Die nehmen dich durch? Ja. Also, außer sie haben was geändert, aber man kann sagen. Bei uns ist es so, wenn du ein gutes Mikrofon hast, wirst du durchgewogen. Lassen wir das dahingestellt sein. Aber der Server ist egal. Der populärste Server auf jeden Fall. Geht hin, macht das, mir egal. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, ähm, spielen da beide drauf. Kevin spielt einen Gangster aus der Hood. Äh, also Orange, Orange macht das, was Orange, Orange macht, Digger sagen und, äh, einen Gangster spielen. Okay. Und Herr Newstime ist Anwalt. Ja, so. Und folgendes Szenario, da entstand Beef. Herr Newstime, seine Tochter, ist die IC-Freundin, also In-Game-Freundin von Orange Moranches Charakter. Also hat Orange Moranches Charakter den Anwalt angerufen, den IC-In-Game-Vater von seiner Freundin, um ihre Hand anzuhalten. Super cringe. Ich will eigentlich schon nicht weiter erzählen und einfach aus dem Raum rausgehen und über irgendwas Relevantes reden, wie die Relativitätstheorie oder sowas. Die wir aber beide nicht verstehen. Weißt du, absolute Relativitätstheorie gibt's ja, dann, äh, dann gibt's aber noch die andere. So viele Facetten auch, das Universum. Und was ist eigentlich, wenn du, du stehst in so einem Zug drin und der Zug fährt mit 200 kmh auf einen anderen Zug, der auch 200 kmh fährt, äh, zu, dann müsste ja das Tempo 400 kmh sein. Nee. Nee, stimmt nämlich gar nicht, weil wenn du nämlich in so einem Zug auf dem Fahrrad mit 13 kmh fährst, müsstest du dich ja mit 213 kmh fortbewegen. Aber das stimmt ja gar nicht. Die relevante Frage doch, Karl. Die relevante Frage ist doch, wegen diesem Außenraum und so. Ich verstehe es nicht. Wann wird dunkle Materie endlich so weit konditioniert sein oder festgesetzt sein, eingefangen sein, dass wir es als die perfekte grüne Energiequelle nutzen können? Das wird passieren, wenn die Reptiloiden endlich ihre Maske ablegen und sich entscheiden, okay, wir bringen jetzt einfach mal unsere Technologie auch auf die Erde. Was passiert? Wenn die Sonne stirbt in ein paar Milliarden Jahren, äh, Billionen Jahren, Millionen Jahren und nichts anderes im Universum übrig ist. Ich würde mich lieber um solche Sachen themen. Aber wir, und warte, ich verstehe nicht. Aber die verstehe ich nicht. Orange, Orange ruft also Herr Newstime an auf dem Server. dessen IC-Tochter IC, also in-Character mit Orange, Orange, und da ging es um Heiratsentag. Okay, genau. Soll gefickt werden, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz hat Herr Newstime gerade ein anderes RP-Szenario und kann nicht rangehen. Es ist super wichtig, es geht nicht. Jaja. Und er drückt ihn weg. Ja. Und Kevin, Orange, Orange, ruft ihn immer wieder an. Er ruft ihn immer wieder an. Er ruft ihn an von, er ruft ihn ständig an. Und dann rastet Herr Newstime Maus, weil er seinen Telefon verbuggt. Und geht deswegen in den Support, um ihn zu reporten für, weiß ich nicht was. Und die Sache eskaliert so sehr, dass Herr Newstime in seinem Stream sagt, ja, der Orange Orange hat übrigens eine Anzeige wegen sexueller Belästigung auf unserem Server bekommen. Und ich denke, das ist jetzt aber schnell eskaliert. Das ist jetzt sehr schnell eskaliert. Das ist einfach so gesagt worden. Und Newstime schreit auch richtig rum. Und ich meine richtig rum. So kannst du dich an die Szenario erinnern, wo er auf dem Wagen stand und rumgeschrien hat und das Vierte Reich ausgerufen hat? Ja, oder die absolut, den total, die, ja, 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 die totale Internetzensur. Ja, richtig. Noch schlimmer, es war noch schlimmer. Noch schlimmer? Er ist richtig wütend gewesen. Aber ist ja auch GTA ja pein, da ist jetzt, da geht's um die Ehre. Da geht's um alles. Da geht's um die Ehre. Und er ist richtig wütend gewesen und dann haben die sich gegenseitig den Stream, also hat, dann wollte Herr Newstime den Stream, er hat in den Stream geguckt von Orange Wollte mit ihm reden, der wollte aber nicht und dann hat er gesagt, er hat den sexuell, also vollkommen verrückt und jetzt sind alle DODs gelöscht worden dazu. Also, also, Herr Newstime wollte mit Orange on Stream darüber sprechen und als Orange Orange ihnen das abgelehnt hat, hat er, hat er im Stream gedroppt, ja, und du kriegst, du hast ja übrigens nur eine Anzeige wegen sexuellerer Belästigung vorliegen und jetzt hat Orange Orange seinen Anwalt eingeschaltet und das alles nur, weil der Charakter von Orange on Orange die Tochter von Herrn Newstimes Ingame-Charakter ficken wollte. Die wichtige Frage, die ich jetzt habe, ist, hat das Auswirkungen auf die IC-Beziehungen von Orange on Orange? Ja, genau, die Frage habe ich auch. Bindet Herr Newstime jetzt als Vater diese Beziehung oder nicht? Das ist die Frage, die ich habe. Ja, genau, vielleicht muss die Frau auch bald mit dem Kopftuch durch die Gegend laufen. Ja, einfach weil, weil sich das jetzt, weil, weil das jetzt nicht so geht. Ja, vielleicht versucht er da jetzt so ein bisschen herrischer zu werden. Ne? Was, was, was passiert jetzt? Herr Newstime, bitte, wenn du das hörst, gib uns die Information, was du tust mit dem Ingame-Charakter. Wie wird Herr Newstime oder Doktor, Doktor, Professor Newstime, Anwalt, mit der Situation umgehen? Ja. Karl, was glaubst du? Uh, schwierige Entscheidung. Also ich glaube, wenn er da, man muss ja, er darf ja, er darf ja IC-Informationen nicht mit OOC-Informationen vermischen. Das heißt, IC kann er ja gar nicht wissen, dass OOC da Anzeigen hin und her geworfen werden. Also müsste er, obgleich OOC einige Konflikte vorliegen, müsste er sagen, IC all good. Müsste er, meiner Meinung nach, müsste er das machen. Er müsste, ich glaube auch, dass er IC definitiv ähm, seine, seine, seine Tochter ähm, die ausliefern müsste. Ja. In, in die, in die willigen Hände von dem Charakter von Old J. Den Schritt weiter, der müsste die Kamera halten, wenn die fecken. IC. Ich, ich weiß, ich, also, um zu zeigen, dass all good ist. Ich glaube auch, er sollte das einfach vielleicht auch, er sollte vielleicht versuchen, diesen, diese Zuarbeitung, auch wenn er sich OOC nicht motivieren sollte, er sollte das IC zuarbeiten, um dann eine Art Versöhnungsangebot, so von wegen, ich gebe dir meine Tochter und hier hast du noch ein, hier hast du noch einen Coupon für die nächsten Verhandlungen, wenn du mal wieder einen Shop über der Fall machst. Finde ich auch gut. Ja, finde ich gut. sowas wie, einfach auch mal den ersten Schritt machen. Ich weiß, wir hatten, wir hatten auf der Ansage, du kannst ja sowas, kannst du original verwenden, geh einfach hin und sag so, weißt du was, Kevin, wir hatten auf einer anderen Insel ein paar Probleme miteinander, aber als Zeichen des guten Willens, mache ich dir einfach die nächsten drei Vertretungen pro Bono. Pro Bono, ja. Ja, das wäre ein gutes Angebot. Ja, finde ich auch. In einem anderen, die kommen ja alle aus, die kommen ja aus Deutschland alle, das sind ja alles Deutsche, klar, aus Münster kommen die. aus Münster oder so, aus Nieder, aus Hessen, aus Niedersachsen, Niedersachsen, irgendwo da. Ich würde sagen, die sollten einfach, die sollten einfach sagen, ja, wir haben uns ja damals in der Schulzeit, als wir uns kennengelernt haben, in der Waldorfschule Niederrhein, haben wir uns ja verkracht und da wolltest du auch schon, da wolltest du, hast du auch schon gesagt, dass ich die Lehrerin sexuell belästigt habe und deswegen biete ich dir ernst, dass wir unsere Schwerter niederlegen und diesen Streit hier erwachsen beenden und dann zu sagen, es ist vorbei und du darfst meine Tochter heiraten. Ja, und wenn ich heute Abend so gegen 22 Uhr... Aber nur wenn ich zusehen darf. Genau, nur wenn ich das filmen darf und dann aber auch verkaufen. Und das Ding ist, ich bin auch heute ab 22 Uhr, gehe ich heute schlafen und danach kann ich aber noch 30 Minuten in der Disco, also bin ich noch 30 Minuten in der Disco, wenn du möchtest. Ja, du kannst, du kannst, genau, ich möchte dir kurz, ich möchte dir kurz noch anbieten, ich bin jetzt zwar weg, aber wenn du möchtest, können wir im Talk-Bereich der Disco noch mal miteinander reden. Richtig. Wir sind jetzt, in der Disco heiße ich auch ein bisschen anders. In der Disco heiße ich anders, aber ich schicke dir dann eine SMS und ich schicke dir, ich schicke, oder wir reiten uns jetzt, aber wir ziehen das jetzt durch. Ich schicke dir eine SMS, die musst du aber, da musst du kurz AFK gehen, also da musst du kurz, in der Handtasche. du musst kurz deine, deine, du hast ja hier, du wirst ja überwacht gerade. Du musst kurz, du wirst gerade überwacht und die Überwachung, der Überwachungsstand ist natürlich überall, aber ich weiß, dass du überwacht wirst und das darfst du nicht in der, da musst du kurz, ähm, einen, einen Farid-Redevischen Käfig um dich aufstellen, da musst du kurz, weißt du? Wir können das auch nicht, ich würde es auch gerne mit dem, ich würde es auch gerne mit dem Roger Harris machen, aber der, äh, der hat einen Satellit, äh, der, der die ganze Zeit überwacht, können wir nicht machen, weil das, weil das können wir nicht machen. Nee, der wird überwacht. Wäre es mir ganz lieb, wenn wir das zu zweit machen würden, hinten. Ja, genau, ausschließlich zu zweit. Ist Isa wieder da? Ich habe Schrei gehört. Äh, Isa ist glaube ich gerade dabei, die Hunde ineinander zu schreien, ja. Oh Gott. Die, die haben so, immer so gegen 13.30 Uhr, kriegen die ihren zweiten Frühling am Tag und, äh, ja, das sind mittlerweile auch 80 Kilo zusammen und die sind, ähm, ja, das ist, äh, ist eine schöne Beschäftigung. Wenn ihr, wenn ihr auch Bock drauf habt, ähm, holt euch doch lieber was Kleineres. Holt euch doch lieber was Kleineres. Ja, holt euch doch lieber was Kleineres. Das ist auf jeden Fall der Folgenname unserer heutigen Folge. Holt euch doch lieber was Kleineres. Und, ähm, ist zwar nicht ganz eine Stunde voll, aber ich habe auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ich muss sagen, dass wir, dass wir die Stunde voll machen können, indem ich jetzt nochmal, äh, an Herrn Newstam appelliere, dass er diese OOC-Streitigkeiten einfach liegen und ruhen lassen kann. Weil es geht nicht darum, was OOC passiert. Es geht um die IC-Dinge. Und die Dinge, die du dir verbaust, wenn du, wenn du aufgrund von OOC-Streitigkeiten IC-Entscheidungen triffst, das willst du nicht wissen. Dramatisch. Ja, das war's auch schon. Mit diesen sehr ernsten Worten verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Karl. Wir sehen uns nächste Woche. Mittwoch kommen wir vorbei. Und wir haben vielleicht dümmere Themen als das, was heute ist. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Tschüss, Karl. Ciao. Ciao. Ciao.